Aber ich habe doch irgendwo, habe ich doch, ähm, Kohle, äh, hier Holzkohle gehabt, ne? Wo hatte ich denn Holzkohle? Da hatte ich Holzkohle. Das war diesen Generator hier. Den kann ich ja auch irgendwo unterbringen eigentlich. Was ist denn dat hier? Das ist die Essenstruhe, ne? Na guck mal, die kann ich ja eigentlich, kann ich ja eigentlich wegmachen. Hier hinstellen. Dann mache ich dat mal weg hier. Mach dat hier mal anders. Und zwar muss ich mich dann hier draufstellen. Zack. None. Und hier wird gepullt. So, dann zieht er dat hier auch raus. Das heißt, ich kann jetzt hier die Holzkohleblöcke reinschmeißen. Beziehungsweise ich muss sie ja erst mal craften. So, kommt mal her, Holzkohle-Stücke. Das klappt natürlich wieder nicht, was ich hier machen will. Ja gut, mehr kann ich nicht machen, aber das reicht mal. Acht Stück und dann kann der die hier verbrutzeln. Dann macht der da jetzt zwar Strom, zwar ein bisschen langsam, aber er macht's halt, ne? Ist ja wurscht eigentlich. So, und die kann hier wieder rein. Der da hinten ist auch wieder fertig. Das ist wunderbar. Komm, einen habe ich noch. Den kannst du mal noch machen. Von mir aus. Dann mache ich die hier wieder. Zack, 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 zack. Und jetzt habe ich schon wieder... Doch, ich habe es jetzt länger. Ne, ich habe kein Glas mehr. Bitte was? Ich habe kein Glas mehr? Nein, oder? Nicht dein Ernst jetzt. Kann ich irgendwie... Kann ich irgendwie... Als ob ich kein Glas mehr habe, Mensch. So, was passiert jetzt? So, ich mache mal kurz folgendes. Ich gehe einfach mal kurz raus, um das Spiel zu speichern. Das sollte ich öfters machen, weil... Das ist hier nicht... Nicht so schön, was hier ab und zu passiert. Genauso, wie ich mich gerade frage, was mit meinem Glas passiert ist. Ich habe hier noch gefärbtes Glas. Aber das ist auch nicht das wahre. Und sonst habe ich nichts mehr. Was machen wir denn jetzt? Also... Kann ich irgendwie... Das Glas wieder herstellen? Normal, irgendwie... Mit diesen Glasscherben, ja, aber... Ah, nee, oder? Das kann doch nicht sein. Ich habe einfach mein ganzes Glas verbraucht. So, ich gehe jetzt mal da hin. Platziere das restliche Gewächshausglas. Und dann habe ich halt... Pech, wenn es nicht reicht. Was macht ihr da für einen Scheiß? Hört mal auf, euch in den Tod reinzustürzen. Und eigentlich... Sollten die Hunde gar nichts machen hier. Naja. War hier schon die ganze Zeit offen? Jetzt im Ernst? So, aber der hier hat keinen Bock mehr, die aufzusammeln, ne? Das glaube ich dem auch. Da mache ich mal folgendes. Ich droppe die einfach vor mich hin. Und dann ist das schon in Ordnung. Weil dann gehen die in meinen Dank Null rein. Und dann hat der auch wieder Bock, irgendwas zu machen. Was ist mit dir? Du genauso. Ja, und da hinten, da passiert noch gar nichts, weil der hier noch fehlt. Also es fehlt noch ein Item Collector. Es kann sogar sein, dass ich den verloren habe jetzt. Weil Absturz. Ja, da muss ich jetzt halt mal schauen, was ich mache. Aber das mit dem Glas, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich richtig. Ähm, aber ich habe ja hier einen Ofen. Und schön. Dann kann ich ja eigentlich äh einen Sandsteinblock reinhauen. Und dann macht er das mit Liebe. So Glas. Und dann kann ich das hier wieder Ich hatte so viel Glas und das ist jetzt alles weg, oder was? Willst du mir das erzählen? Das geht doch nicht, du. So. Zack. Und zack. Was fehlt denn jetzt? So wie es aussieht, gar nichts. Der ärgert sich jetzt nur ein bisschen mit den Setzlingen rum. Und jetzt hat er keine mehr von denen. Okay. Da hinten wartet ja aber schon wieder der Nächste. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Zack. So. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich keine Setzlinge mehr habe, oder? Das ist wunderbar. Nirgendwo mehr Setzlinge. Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ja, dann muss ich das machen, was ich nicht lassen kann. Ich glaube, ich reiße mal die großen Bäume ab. Die sind dann doch am sinnvollsten, denke ich mal. Dazu zähle ich auch Eukalyptus. Was ist mit dir? Was bist du für ein Baum? So, ich werde das dann hier einfach alles begradigen. Einfach, sage ich. Ist nicht einfach. So, ich gehe jetzt aber mal zurück. Platziere den Rest. Auch, wenn es nicht reichen wird. So, und jetzt? Oh Mann, Hunde, hör doch auf damit. Die machen einfach weiter. Die juckt es einfach nicht, was ich labere. Die juckt es einfach nicht. So. Jetzt sollte ich vielleicht mal halblang machen. Ah, ich habe nicht genug Erfahrung. Okay. Jetzt brauche ich noch 9, 18, 27 Gewächshausglasblöcke. Das kriege ich vielleicht hin. 27. Ähm. Ja. Da brauche ich noch mehr Lapislazuli. Habe ich aber zum Glück noch. So, wenn ich jetzt einen Block mache, dann kommen da ja, glaube ich, wie viel raus? 9. Und das sind dann wie viel Blöcke? 18, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher, wie viele da rauskommen. Aber ich glaube, es sind 18. Dann muss ich das jetzt halt mal ausprobieren. Gleich kommt das Feuerwerk. Achtung. Achtung. Juhu. Wunderbar. Das ist einfach schön. Einfach schön. Genau. so. Ja. 6. Und wieder keine Setzlinge. 14. Da ist auch nisch. Zack, zack. Na, dann muss ich halt noch mal hier abschlachten gehen. Was ist mit dir, Huhn, eigentlich? Warum kackst du da hin? Jetzt dürfen nur meine Hunde. Ah, da waren noch Setzlinge. Schön. Vielleicht... Ne, das reicht natürlich immer noch nicht. Ja, das reicht natürlich nicht. Zack. Vielleicht reicht's jetzt. 18. 18. Ne, ich brauch ja 27. Hab ich gesagt. Warte mal, warte mal, warte mal. Eigentlich brauch ich hier keinen. Also wirklich nicht. Ich brauch... Ich hab keine Erfahrung. Doch hab ich... Warte. Nicht so mit mir, mein Freund. Ne, so nicht. Sondern so. Ich hab tatsächlich gar nichts mehr an Erfahrung. Was mach ich denn jetzt? Bin ich wirklich so arm? Das ist doch nicht normal. Ja gut, dann könnte ich theoretisch ein bisschen Erfahrung machen, indem ich so mach. Wo ist denn jetzt das andere? Genau hier. So, dass die hier so ein bisschen hier so... So hin und her machen, ne? So, was mit euch? Zack, zack. Und zack, zack. Zack, zack. Komm, du darfst mal mit einem grünen machen. Du machst mit einem gelben. Und du machst mit dem. Jetzt die blauen. Wieviel hab ich denn davon? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wo ist denn der sechste? Sechs, so. Mehr kann ich nicht machen. So ist mir jetzt auch eigentlich ein bisschen egal, wenn da die Schafe frei rumlaufen, weil... Mein Gott. Was soll es? Hauptsache, ich hab ein bisschen Erfahrung jetzt. Wollte nämlich... Das hier verschieben. Und hier hin machen. Das hier verschieben. Ah, Junge, komm, lass es doch. Lass es einfach. Weißt du, wieso? Das bringt mir nämlich gar nichts. Das bringt mir absolut gar nichts, weil ich damit nämlich keine einzelnen Blöcke... Sag's mir. Ich kann damit nicht nur einen Block verändern, weißt du? Deshalb... Scheiß doch einfach drauf und mach jetzt einfach die neuen. Kann die anderen bestimmt nochmal gebrauchen irgendwann. Deshalb mache ich jetzt nochmal einen Lapisblock. Den Rest droppe ich wieder. Zack, zack, zack. Und das Ding kommt her. Und das Ding und das Ding. Zack. Zack, zack, zack. Und zack. Das ist dann das letzte. Und dann ist das Teil auch schon fertig. Auch wenn es nicht sonderlich geil aussieht. Naja. 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 Ist doch wurscht. Ist doch absolut wurscht. Wird aber auch mal Zeit, dass ich das Zeug hier raus schiebe. Nach unten in mein Himmerle. Aber das sage ich jedes Mal. Und dann mache ich es nicht. So, kann ich auch das hier verwenden? Da kommt ja gar nichts raus hier aus dem Shit. Zwillingsbäume. Auch nicht schlecht. Zwillingsbäume.